Die Diaspeed Schleifscheiben von Joke sind mit Diamant beschichtet und hochflexibel. Durch ihre enorm hohe Schleifkraft können sie mit geringem Anpressdruck eingesetzt werden. Um ein Überhitzen des Werkzeugs zu verhindern, empfiehlt sich ein nasser Einsatz. Sie eignen sich hervorragend für die Bearbeitung von Hartmetall, Keramik, Glas, gehärteten Stellen sowie Stein. Der Artikel ist in verschiedensten Abmessungen und Körnungen erhältlich. Wenn Sie Fragen zum Produkt haben, sprechen Sie uns gerne jederzeit an oder besuchen Sie unseren Shop.